Scha-la-la... Das ist ein Singenet, das ist ja... ...brauchvoll. Haha, siehst du mal, wie gut ich bin? Oh, die Felder blühen in all ihrer Pracht! Okay, bis auf eins. Ich muss echt sagen, die Höhle ist... ...undfalls sehr lokal-tiv. Da-da-da... Oh, ne Werkbench! Ach, bist du jetzt wieder ganz unten? Mhm. Cooler Shit. Schon die ganze Zeit suche hier halt noch alles mögliche zusammen und so. Wir haben jetzt schon massig Samen für... ...2x64 am 48 Felder. Tja, dann wirds wohl langsam Zeit für meine... ...Erntemaschine. Ist nicht dein Ernst, ey, gerade jetzt... ...jetzt, wo ich angeln gehen will, ne? Ja, wirds dunkel. Ja. Tja, kennt man ja, oder? Komm, Fischlein schaff ich noch. Geht doch. Dir scheint aber der... ...der Koppelzaun zu gefallen, ne? Ja, der ist wirklich praktisch und der fügt sich auch unten sehr gut ein, finde ich. Wow! Bleib ich eben mal kurz bei unserer Hütte... ...und mach eben mal ein bisschen Futter fertig und... ...haben wir unten noch irgendwas... Oh! Oh, einen Bogen haben wir ja auch noch. Stimmt, ja, stimmt, ja. Scheiß nehme ich, glaube ich, mal mit. Was haben wir hier alles? Oh, hier ist ja leer geworden. Oh, hier ist ja ein bisschen leer geworden! Sachen gibts. Tauschen wir mal aus. Tauschen wir mal aus. Die nehmen wir auch noch mit. Stickis. Na gut, was können wir hier lagern? Das macht ja nichts. Ähm, genau. Den musste ich ja... ...einmal breeden. Das da musste ich craften. Alter Schwede. Das sieht ja echt heavy aus und so. Heavy, damn shit, ach du Scheiße. Geht, ne? Das hört ja gar nicht mehr auf und so. Das hat geschmeckt. Okay, Ei haben... Warte mal. Okay, wozu brauchen wir Ei, ne? Da kann ich das eben auch noch mal verhauen. Alter, mein... ...mein gebratener Fisch sieht lustig aus. Ach du Scheiße! Wie so ein Packfisch. Oh, ups. Oh, ich kann ja wieder... Ach, ist das schön. Hast du zufälligerweise einen Creeper gehört? Na, zufälligerweise kann ich jetzt verneinen. Gut, dann bist du nicht in meiner Nähe. Ne, ich sag's euch, ich bin grad beim alten Haus und mach ein paar Nahrungsmittel fertig. Alter, das ist so... Verdammt, das ist auch zwei. ...damn heavy shit. Was... ...da... ...fuck. Ah, ich wusste, was er sagt. Ja, war auch so schwer zu erraten. Okay, die Erde kann ich rausschmeißen. Cool. Zwei... Ja, die sind eigentlich ganz gut. Kann ich draußen gleich nochmal einsetzen. Ich glaube, ich hab auch Gold gefunden. Oder ich hab das selbe Gold gefunden wie du. Aua! Hm, keine Viecher. Lustig. Wow. Hast du eigentlich das Gold, das du gefunden hast, hast du das eigentlich auch gleich abgebaut? Äh, nein, das hab ich nicht abgebaut, weil das war über der Treppe irgendwo. Also über der großen Treppe bei der unterirdischen Basis. Da musst du mal gucken. Okay, da hab ich ein anderes Gold gefunden als du. Alter, das ist echt sooo krass. Hup! Uh! What da? Und so? Hä? Wo ist denn der? Ach, da! Da, 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 da. So, eben die zwei Schilder verbraten habe ich. Au! Oh, Kacke, da kommen die. Ah! Nee, nix drin. Genau, da war nix drin. Das ist die Axt. Brauch ich die Axt eigentlich gerade? Nee. Nicht wirklich. Ui! Steinaxt, ja okay, kann ich mal wegschmeißen. Was habe ich sonst noch? Steinschwert, das brauche ich. Kies, Gravel, brauche ich, brauche ich, brauche ich. Nehme ich alles mit? Ja. Ach, Flint, Flintstone, den kann ich mal wieder entsorgen. Uiuiui. Ach, Tintenfischsack hatte ich auch schon besorgt. Ach, was habe ich alles besorgt? Ich besorg's hier echt jedem. Iiii. Ist bei mir klar. Du bist echt so widerlich. Ich hab da ein Creeper im Wasser. Okay. Warte mal, braucht man jetzt Gold eigentlich auch ne Eisenspitzhacke oder ne Steinspitzhacke? Was meinst du? Ich, äh, Eisen. Gold kannst du so, glaube ich, nicht gut kratzen. Ich glaub, die edleren Rohstoffe brauchen immer... Geben wir mal kein Risiko ein, ne? Mhm. Na hallo, Zombie! Was wollen wir mit dem Gold überhaupt noch so fragen? Äh, PowerSheen. Ach, Touché, stimmt ja. Das ist die einzigste Verwendung, die mir jetzt grad so einfällt. Und ich glaub, ich hab schon wieder Diamanten gefunden. Oder sind das Marakte? Ich glaub, das sind Diamanten. Alter Schwede, ey. Wir werden so stinkreich. Hm. Das kannst du keinem erzählen. Verdammt. Ach, es ist immer wieder schön, der Nachthimmel hier. Er hat Nachtpimmel gesagt. Bitte was? Nichts. Ah, jetzt grade hab ich die verdammte Axt, ey. Nicht bei mir. Das passt ja super. Das passt ja wie die Forst aufs Aura. Das sind halt... Das sind halt echt Diamanten. Hoppala. Und schon wieder vier an der Zahl. Und Eisen ohne Ende. So. Okay, Eisen wird jetzt wirklich langsam nicht mehr so wertvoll, ne? Da können wir uns auch ein bisschen mit rutschmeißen. Gibt's denn das überhaupt, ey? Bei-Roller. So. Ich hab nicht gesagt, das gibt's doch gar nicht, sondern ich hab gefragt, gibt's denn das überhaupt? Ja! Aber du Werbungsfanat, du nutzt ja jede Gelegenheit. Ich sitz grad auf dem Dach und angel, lass mich. Ich hab unser Dach mal beim Gartenhaus auch ein bisschen ausgeleuchtet, weil die Monster da auch manchmal gerne drauf spawnen. Okay. Und man kriegt auch übrigens XP fürs Angeln, find ich lustig. Ich hab mein dritter Fisch jetzt. Ich hab mein dritter Fisch jetzt. Das soll vorkommen. Na komm. Na komm. Na komm. Äh, so. Wollen wir nochmal Eisen abbauen? Na komm. Na komm. Fischi, Fischi, Fischi. Fischi, Fischi, Fischi. Komm, komm, komm. Komm. Putt, 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 putt. Ich bin grad am überlegen, welche Zuschauer sich grad mehr langweilen. Also meine, meine wahrscheinlich. Äh, und Fische angelst? Oder meine, weil ich die ganze Zeit hier rumrace und wie bekloppt auf Blöcke einpögel? Und, ach du Scheiße, wo bin ich denn jetzt schon wieder langweil? Ach, das war nur okay. Komm. Ach du Scheiße, du kommst ja echt von einer Höhle in die andere, ey. Ja. Bogenschützi. Du hast ja gar keine Chance aus diesem riesen System rauszukommen, ey. Das ist der absolute Overkill. Gold. Alter, wir sind... So, jetzt reicht's mal mit dem Fisch. Wir sind ja solche Glücksschweine, ey, das gibt's gar nicht. Bisschen, ne? Also, ich mein, ich weiß zwar, dass wir nicht cheaten, aber so langsam kommt's mir doch komisch drauf. Irgendwie, ne? Das ist ja nicht mehr normal. Also ich bringe Lot of Essen mit, muss ich sagen. Ich hab schon eine Pilzsuppe, vier Brot, ein gebratenes Hühnchen, zwei gebratene Fische, fünf kommen noch dazu. Ich hätte zwar gerne mehr Getreide-Zeugs, ne, aber... Hm. Aber während ich schon mal hier bin, kann ich das auch gleich mal ein bisschen besser gestalten hier. Und so, ne? Aber an sich, weil du das eben vorhin gelesen hast mit den Brennwerten und so, ich hab gar nicht gewusst, dass man Sticks verbrennen kann. Ja, doch, weil's Holz ist, ne? Alter, was geht denn hier ab? Ein Enderman! Enderman! Komm, gib mir mal, gib mir mal dein Auge! Enderman! Oh, Creeper, Creeper, Creeper! Dann mach ich jetzt aber keine Melodie. Creeper! Okay, also Enderman ist tot. Du auch gleich ein wenig Creepy. Nö, das ist schon explodiert. Okay. Deswegen ging mir auch der Enderman so schnell kaputt. Aber ich find das übel, also entweder liegt das an meinem... Oh, Kacke, verdammt. An deinem Kacke, äh, Alter! Also entweder liegt das an meinem Texture Pack. Auf jeden Fall, ähm, jedes Mal, wenn ich jetzt Enderman angreif, und die mich dann irgendwie, ja, mich die dann quasi sauer gemacht hab, dann gehen die voll ab, ey. Dann hört sich dieses, dann, dann hör ich so ein richtiges... Ja, diesen miesen Sound, aber den hab ich auch. Den hast du auch, echt? Ja, so richtig so... Den find ich ja voll scheiße, ey. Den find ich cool. Vor allem, der hört ja nicht mehr auf, wenn der, wenn das Mistvieh eigentlich schon tot ist. Okay, das ist Fail. Ja, der war schon tot, und dieses Geräusch war immer noch da, und ich denk halt, boah, ist hier noch einer, oder was? Nein, der kann sich klonen! Aber jetzt hab ich wenigstens noch ne Enderperle, hehe. Jetzt müssen wir dann nur noch irgendwann in den Neta und Lohn, äh... Oh ja, in den Neta, du weißt, wie das beim letzten Mal ausgegangen ist, ne? Deswegen hab ich gesagt, irgendwann mal. Nur zur Erklärung, das, das letzte Mal ist wie folgt ausgegangen, äh... Äh, netter, netter Einstieg in den Neta, und... Wie viel waren wir da, 15 Minuten und sind insgesamt fünfmal gestorben oder sowas? Oder dreimal? Reicht das, echt? Hm. Deswegen also, wie gesagt, irgendwann mal und so. Genau. Nur nichts überstürzen. Im Fall will ich jetzt erstmal gleich, äh... meine ganzen Sachen wegbringen, weil ich hab ja vor allem auch vier Diamanten noch in der Tasche. Oh, Mann, ey! Äh... Eine Süchte, eine Süchte, das passt, das Kies... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ach, wo kommst du denn durch einmal her? Kackvogel. Aus dem Keller. Verdammt, jetzt ist mein Schwert kaputt. Kackien insrange. Mich Wang. Vielen Dank.